Musik Keine Lust auf Fitnessstudio? Dann doch lieber draußen joggen? Aber es ist echt schlechtes Wetter! Neckermann.de hat die Lösung. Mit dem Crosstrainer Ergometer EL5 von Christopite tun Sie genau das Richtige für Ihre Fitness. Ausgestattet mit einem Magnetbremssystem und ca. 8 kg Schwungmasse können Sie Ihr persönliches Fitnessprogramm erstellen. Der EL5 macht es Ihnen dabei ganz leicht. Sie können Ihr persönliches Belastungsprogramm einstellen oder mit Hilfe der Handpulsmessung auch drei Herzfrequenzprogramme auswählen. Während des Trainings zeigt Ihnen der Computer die Zeit, Geschwindigkeit, Entfernung und auch die Körperfettanalyse an. So verfolgen Sie laufend Ihren Trainingserfolg. Und ganz wichtig bei allen sportlichen Herausforderungen, durch die Eingabe von Grenzwerten bei Zeit, Entfernung und Kalorienverbrauch unterstützt Sie der Crosstrainer bei einem die Fitness steigernden und gleichzeitig schonendem Training. Denn bei Überschreitung der voreingestellten Grenzwerte ertönt ein Warnsignal. Bleiben Sie auch im Winter fit und sorgen Sie für Ihr körperliches Wohlergehen mit dem Crosstrainer von Christopite zum echt schlanken Preis. Fett reduziert Warnsignal. 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 Bis zum nächsten Mal.